Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zusammenfassung von Don't Starve Together. Ja, Don't Starve Together ist ein wunderschönes Spiel, das man mit mehreren Leuten spielen kann und ich habe das zusammen mit der Shira, mit Luzi und Daniel gespielt und hier habe ich für euch nun eine kleine Zusammenfassung geschnitten, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Es ist ein wirklich sehr, sehr cooles und zauberhaftes Spiel irgendwie, wo es auch so ein bisschen ums Überleben geht und ja, man muss in der Wildnis quasi überleben mit diesen super süßen kleinen Figuren und wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen möchtet, dann schaut einfach mal auf den Zweitkanal von mir vorbei, denn dort gibt es insgesamt, Moment, 1, 2, 3, 4, 5 Folgen, wow, 5 Folgen ist ganz schön viel, ja, 5 Folgen mit den anderen dreien zusammen und ja, schaut auch gerne mal bei diesen Kanälen vorbei, wenn ihr Lust dazu habt und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meiner kleinen Zusammenfassung von Don't Starve Together. Ja, zweiter Versuch. Ich habe, ich habe eine Axt, geil. Oh, hast du schon wieder eine Axt? Keine Ahnung. Wieso hast du schon wieder eine Axt? Ohne Axt. Oh, ich habe einfach eine Axt. Oh, stopp, ich habe auch eine. Nice. Du bist charakterabhängig, glaube ich. Ach, du hast denselben wie ich? Nein. Krasser Typ. Ey, wieso hast du den genommen? Ich random, Alter. Achso. Jetzt geht hier das große Raids auf das Flint los oder wie. Nee, Alter, ich will das Flint haben. Wir haben doch eh eine Axt, wir haben keinen Flint. Ja, aber du brauchst nachher noch eine Pickaxe und so. Wieso rennen wir eigentlich von den anderen weg? Was ist los mit dir? Wieso rennen die uns nicht hinterher? Habt ihr die nicht gesehen? Boah, was ist denn hier? Oh, Bienen. Hilfe, Schweine, rettet mich. Aua. Mach den Blumenkranz. Die retten mich nicht. So, alle guten Dinge sind drei oder so und so und so weiter. Was habe ich hier? Oh, ich habe einen Speer. Ich raste aus. Oh, dann kannst du dir einen Truthahn holen. Und ich habe einen Helm. Ich raste aus, ne? Oh, da ist er. Ach, da ist er. Ach, hey. Lass mich in Ruhe, ey. Ich versteck mich jetzt. Hassen zu deiner Haarsache. Versteck mich doch nicht in einem Baum. Oh, Bro, das steht hier wirklich. Das ist, ey, da sehe ich dich voll. Da sehe ich dich voll, wirklich. Das Team Damage ist aus, oder? Ja. Kann man nicht die... Oh, oh, no. Ähm, du hast den Wald angezündet. Ja, ich habe den Wald angezündet. Kann ja mal passieren. Ist das Spiel jetzt vorbei? Oh mein Gott. Was ist das, Luzi? Nice. Wir Zwillinge, ey. So ein Bastard, ey. Ja. Wer ist er? Kann man den töten? Der gibt Fleisch. Ja, aber es ist... Der ist so schnell. Ja. Aber nicht schnell genug. Ja. Oh, wir holen ihn, wir holen ihn. Ich glaube, da habt ihr keine Chance. Na gut, lassen wir es lieber. Lass mal zum Biber werden und ihn dann holen. Doch, doch, der kann... Lass mal keine Autofolgen machen. Ist das sick. Naja, ich glaube, das wird... Jetzt, jetzt hängt er fest. Doch nicht. Naja. Zurück zum Weg, oder? Ja. Allein wie er guckt, der will doch getötet wäre, also. Oh, was ist das denn hier? Ah! Oh Gott. Nix Gutes. Kann ich jetzt diesen... Kann ich das jetzt attacken? Oh Gott, hier auch, hier auch. Hier ist ein ganzer Bienenschwarm wieder. Ja! Ja! Honig! Honig, Honig! Honig! Ich habe sie getötet. Ich habe sie getötet. Oh, wir füttern dich die ganze Zeit mit Fleisch. Jetzt kämpf auch. Halt die Backen, ey. Worauf ist das, dass ich kämpfe, meinst du? Ja, machen wir, kommen wir da im harten Speer. Hä? Ich traue mich gerade nicht, es sind zu viele. Oh, ganz viele Bärinbischore. Achtung, der Stachel. Ja, ich hab's gesehen. Oh, die sind auch ganz schön schnell. Oh, Frosch. Ablecken. Greif die jetzt an. Du kannst den bestimmt töten, der Frosch. Ja, ich will kein Leben. Also ich will... Ja, okay. Wo seid ihr denn? Loll tot. One hit. Im Osten eigentlich. Guck mal, die Biene. Kannst du die Biene töten? Ja, aber die sind voll stark. Meinst du? Ich verfolg mich gerade. Ich hab ewig gebraucht mit der Axt. Schleif dich zusammen, ey. Komm, hau sie, hau sie. Easy. Sehr gut. Ich bin vor den Kriegerinnen. Den Kriegerin, oder? Oh Gott. Ich klicke Damage. Ja, ich klicke die ganze Dich an. Was ist das? Oh, der ist stärker. Das ist viel stärker. Autsch. Oh, die kommt zu mir. Oh, man kann einen Stachel mitnehmen. Boah, ey. Das ist ja sick. Vielleicht kannst du dir eine neue Waffe daraus bringen. Boah, das ist ja geil. Stachelsperr. So ein Giftsperr, ja. Ja, ich bin ja voll die krassige Kriegerin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht, wenn der hochkommt, jetzt gleich. Kommt der überhaupt hoch? Jetzt. Ja, ja. Da. Das ging ja schnell. Was hast du denn? Was ging denn in der Hand? Regenschirm. Wieso? Sehr hübsch. Oh, Gott. Ja. So, wenn du es nicht leicht. Ja. Oh, ich habe auch Frosch-Schenkel. Oh, da kann ich bestimmt braten. Ja, ich habe kein Essen mehr. Oh, oh. Hunde. 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 Oh, nein. Die sind jetzt schon da. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören, aber wir müssen zu den Schweinen. Zum Watt? Ist doch jetzt safe erstmal, oder? Sollen wir uns sammeln mal? Ich habe Schwanen verstanden. Aber kommen sie nicht uns hinterher? Was ist, oh lol, ein End, oder was? Nee, ich glaube noch nicht. Ich habe da was angehauen und dann kamen die raus. Jo, was sind das denn für Dinger? Gold, 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 gold. Ich crafte mal kurz. Oh, kann man hier looten? Oh, nein. Die Bäume. Ich nehme das einfach mit. Huch. Wie kann man das... Das ist ein Baum. Ja, das... Boah, ich habe gar keinen Platz mehr. Okay, einer muss ein Feuer bauen. So geil, wie er immer abgeht, ey. Bau mal ein Feuer. Ich hack hier mal ein bisschen. Ich baue eins. Ich baue eins. Ich baue eins. Achso, okay. Gut, alles klar. Puh. Oh, das ist immer ein schönes Feuer. Ich habe ein Hund gerade. Kann man hier nicht irgendwie so Essen anpflanzen, weil... Ja, dazu brauchen wir so eine Pupfarm. Eine Pupfarm. Okay. Aber wir brauchen erst mal ein Lager. Also irgendwie mag ich die Map nicht. Oh, Hunde. Ah, Hilfe. Die sind hier. Hilfe. Schirra. Ach stimmt, es ist Nacht. Okay, es sind keine Schweine da. Ah. Ah. Oh, oh. Ich werde... Kann man nicht mal klopfen? Nee. Ich hoffe, man hat das Klicken gehört. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Nee, doch nicht. Dann auf zum Lager. Es wird eklig dunkel. Kann der meine... meine Truhe fressen? Ah. Was ist denn ein Razor, Alter? Ein Messer? Eine Klinge? Ach so. Ah, Hunde. Was ist hier los? Wo ist der Krieger? Oh Gott. An diese Hunde. Wo seid ihr? Warum ist das so dunkel hier? Nein. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Habe ich ihn getroffen? Sind sie in der Base? Weck, 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 geh nach vorne. Ich habe eine Fackel. Ich will nicht, weck, ich will das sehen. Ah, jetzt, jetzt. Wo sind die Hunde? Oh. Angriff. Ah, hier gibt es nichts zu essen. Oh Gott, mir geht es gar nicht gut. Ich bin ausgepumbert. Oh nein. Habe ich irgendeine Chance, sie zu besiegen? Ja. Dann hau mit drauf, hau mit drauf. Bist du beim Lager? Ja. Okay. Ah. Ich habe auch noch die Schatten gegen mich. Das ist natürlich nicht so geil. Nice. Wo habt ihr ihn? Ja. Nur einer gewesen? Oh, drei Schatten. Ich brauche Blumen. Hier ist, hier ist eine Blume. Was tut man gegen die Schatten? Hier unten ist eine Blume. Ich hätte auch noch 27 Blumen. Wer braucht die? Da lag es doch. Also, ich. Ich. Wo, wo, wo? Ah, Schatten. Oh, das sind echt viele Schatten. Oh, hier ist auch noch eine Blume. Hier, hier, guck rechts. Hast du genug? Ich droppe welche, ich droppe welche. Du bist gerade vorbeigelaufen. Ja. Oh nein. Au, au. Hier. Ein Schatten ist weg. Ein Schatten ist weg, oder? Zwei sogar. Wo sind Blumen? Ich sehe keine Blumen. Oh hier, ich droppe wieder. Sollen wir, glaube ich, nicht so viel noch springen? Du musst die essen. Glaube ich. Oder versuch es mal. Blum, blum, blum. Ja, ich esse. Okay, oh nein. Oh nein, ich bin tot. Oh nein. Okay. Mal gucken, ob wir so ein Herz bauen können. Aber das ist kein Thema, glaube ich. Denn wir können eins bauen, oder? Ja, das ist die Frage. Ja, Gras brauche ich. Ich habe halt kein Gras die ganze Zeit. Da ist noch Gras. Oh, lecker, schmecker. Hund. Oh, Hund. Für die Wikinger. Angreifen. Tötet ihn. Oh, da ist noch ein Hund. Aua. Auf zu den Schweinen. Ach, Quatsch. Schatten war. Was sind denn die Schweine? Kehl den Hund, kehl den Hund. Ja, bleib stehen, sonst kann ich den Hund nicht angreifen. Oh, oh. Ganz viele Hunde. Ja, das macht man. Ganz viele. Oh, Schatten. Schatten. Hunde. Aua. Hilfe. Oh Gott, ich glaube, ich bin gleich tot. Ich lege die alle. Oh nein, ich bin tot. Ja. Shit. Ja. Oh nein. Oh Gott. Meine Güte. Ich habe noch... Oh, ich brauche unbedingt so einen Kranz oder irgendwas. Also hier ist noch so ein Herz drin. Oh, was ist das denn für eine leuchtende Blume hier? Glommas. Oh, was ist das für eine Riesen... Eine Riesenfliege oder was ist das? Eine Fliege? Oh, es ist Vollmond. Ja. Okay. Was bitte... Oh mein Gott. Nee, was ist das? Was bedeutet denn Vollmond? Glommas. Ja, genau, das. Die Schweine. Wird es wieder? Oh, ich habe es besiegt. Ich habe es besiegt. Und was ist das da unten? Guck mal. Was ist das für eine riesenkomische Ziege? Oh mein Gott. Ich versuche ihn zu killen. Ich habe ihn gekillt. Oh, du bist der Killer. Nee, er hat mich gekillt. Oh, er hat dich gekillt. Jetzt bist du ein Hamster da. Geist. Er sieht zick aus, irgendwie. Oh shit. Also ich würde dir gerne helfen, aber... Du rennst nicht. Warum musst du rumrennen, Alter? Ja, die ganze Zeit schon. Wieso? Oh, Schatten. Wegen den Schatten. Ja. Oh nein, ich bin tot. Oh nein, sterben alle. Oh nein. Chiro, du musst es machen. Du kannst das Ruder noch rumreißen. Du kannst es nicht rumrenzen. Ja, was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ich weiß es nicht. Du musst nicht was machen können. Ich habe meine Schwester jetzt geholt. Kann ich leider nicht. Die Schwester? Ich glaube, Daniel geht schon wieder vor. Nee, nee, ich weiß, wo er sie hat. Oh, eine Karotte. Oh, noch mehr Karotten. Kann man die roh essen? Ja. Ja. Oh mein Gott, das sind Westen oder sowas. Warum fällt sie denn nicht? Kann man die roh essen, Alter? Das ist eine Frage, ey. Was ist los mit mir? Ja, ne? Was ist los mit mir, weißt du? Das ist eine ganz andere Blume. Ich glaube, man kann die aber auch aufwerten. Tod. Sie ist gestorben. Terror. 16 Tage. Achso, ich bin, ich habe 12 Tage. 16 Tage, krass. 12 Tage. Ich auch, 12. Oh, ja. Na gut, dann würde ich sagen, das war's. Wer macht die Abmoderation? She-Ra. Ja. Der, der auch die Abmod gemacht hat, glaube ich. Ist das jemand? Sehr schön. Okay, also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, sie macht's wirklich. Ja, lasst gerne ein Like da, ein Abo und ein Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel oder beim selben Spiel, je nachdem, wieder. Ich würde sagen, beim nächsten Spiel, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Ja, dann tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.